Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Überlebende anzunehmen bei Unteroffizier Kalfin in das Sturmsanktal an dieser Position. Nehm die Quest gleich mal an und nun darf ich mich in dieses Gebiet hier begeben bzw. zu dieser Position. Es könnte sein, dass ihr die Quest nicht machen könnt, wenn ihr schon in dem gezeigten Gebiet gequestet habt. Dann könnte es sein, dass die Quest beim NPC verschwindet und ihr sie nicht machen könnt. Ist aber nicht sonderlich tragisch, weil die Quest eh nicht viel Epic gibt und die Quest soll euch eigentlich nur zu diesem Punkt bringen, wo es weitere Quest gibt, falls ihr nicht so schon drüber gestorpert seid. So, bin gleich schon da. Werde auch von Gegner verfolgt. Mal schauen, ob sie zurücksetzen. Nein, dann töte ich sie. So, Rest ist abzugeben bei Patrick Eckart in das Sturmsanktal an diesem Punkt. Hoffe ich sehr, ich konnte euch helfen. Tschau.